Mein Name ist Matthias Müller, ich bin TCM-Z-Therapeut im TCM-Zentrum hier. Ich behandle Patienten über die chinesische Bauakupunktur. Die Bauakupunktur ist ein eigenes Mikroakupunktursystem, wie das Ohr auch. Das Ohr stellt den ganzen Körper. Das Große ist im Kleinen immer wieder zu spiegeln. Das kann man, wie Sie sehen, hier am Ohr einerseits sehen und das gibt es sowohl am Bauch auch. Die Bauakupunktur ist eine sehr junge Akupunkturform, die gibt es seit ca. 30 Jahren, enthält Denkweisen der TCM und Grundlagen des Taoismus. Und es lässt sich sowohl die 5 Elemente und die Wandlungsphasen darüber behandeln. Es ist sehr gut für chronische und akute Erkrankungen nutzbar. Es ist so gut wie schmerzfrei. Das ist ein entscheidender Vorteil der Bauakupunktur. Und man agiert über verschiedenste Ebenen in der Bauakupunktur. Die oberflächliche Ebene, die oberflächliche Nadel gilt für muskuläre Erkrankungen, für Skeletterkrankungen, wie Halswirbelsäulenbeschwerden, Beschwerden an Extremitäten, Gelenksschmerzen etc. Die mittlere Ebene der Nadel dient dazu, das Ski zu bewegen, das in den Meridianen fließt und es zu harmonisieren. Und die dritte Ebene, die tiefere Nadel dient um Behandlung von inneren Erkrankungen. Deswegen gibt es genauso gut die Möglichkeit auch Schlafstörungen zu behandeln, Schwindel zu behandeln, Magen-Darm-Beschwerden zu behandeln. Eine sehr, sehr vielseitige Möglichkeit. In der Bauakupunktur nutzt man unter anderem das Meridiansystem und man nutzt gewisse Extrapunkte, die aber im Meridiansystem nicht so vermerkt sind. Und da nutzen wir ein sogenanntes Zonometer, um bestimmte Punkte zu finden. Das ermöglicht einem eine genaue Zuordnung, weil jeder Mensch eine andere Maßgebung hat. Wie gestern beschrieben, nutzen wir, um die Punkte zu finden, ein Zonometer. Wichtig ist, dass man sich jetzt bestimmte Punkte aussucht, die sozusagen dieses Akupunktursystem, das Mikroakupunktursystem, damit darstellt. Das ist Renn 12, das ist Renn 10. Das sind Punkte, die für die Grundtherapie notwendig sind. Mit diesem Konzept, das ich jetzt hier anzeichne, behandle ich Kopfschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen. Diese Punktekombination nutzt man bei Kopfschmerzbehandlung, Migräne, Kopfschmerz. Man kann einen Teil davon auch bei Schwindeln nutzen. Je nach Lokalisation des Schmerzes entscheidet man die Punkte. Es gibt ein gewisses Grundkonzept, das man hat, und dann wird es sehr spezifisch. Wie gerade beschrieben ist, die Bauakupunktur schmerzfrei. Man nutzt zur Hilfe ein sogenanntes Führungsröhrchen. Damit kann man, wie der Name schon sagt, die Nadel führen. Was jetzt wichtig wäre, ich bringe die Nadel in verschiedenen Tiefen. Ich merke jetzt, diese Nadel möchte ich in die Höhe der Muskelschicht bringen. Das heißt, eine relativ tiefe Nadelung. Ich merke das als Therapeut an einem Widerstand, wenn ich die Nadel stimuliere. Wenn ich diesen Widerstand habe, möchte ich da nicht drüber hinausgehen. Weil dann würde man in die Muskelschicht landen, und das ist dann schmerzhaft. Das wird dann zum Beispiel mit einem Brennen beschrieben. Aber man möchte das Brennen eben nicht immer erzeugen. Das würde jetzt hier schon ausreichend sein. Und die Nadelung erfolgt jetzt nach einem bestimmten Konzept, das sich je nach Indikation variiert. Alles okay? Mhm. Der kann etwas sensibler sein. Die stimuliere ich jetzt etwas, weil ich damit das Ziel habe, den Kopfschmerz zu beeinflussen. Bei der Schmerztherapie setzt man nicht mehr als drei oberflächige Nadeln. Das ist ein Grundsatz, um den Schmerz zu bewegen. An sich ist die Baugabpunktur alleine ein komplettes Wirkensystem. Was man jetzt zusätzlich machen könnte, ist ergänzend tätig sein aus Sicht der TCM. Dass man vorher guckt, was es für Disbalanzen im System gibt. Dass man sich Zungenpuls anschaut und daran sieht, wie die Grundkonstitution ist. Und dann könnte man ergänzend tätig sein. Ein Kopfschmerz hat auch etwas mit einer Stagnation in der Leber zu tun. Das könnte man ja zusätzlich ergänzen mit Punkten an der Hand und an den Füßen. Aber auch so maximal vier, fünf Punkte, weil Sie sonst nicht wissen, was letztendlich gewirkt hat. Die würden jetzt 20 Minuten liegen bleiben. Nach zehn Minuten ist es möglich, die Nadeln einfach nochmal zu stimulieren, die oberflächlichen Nadeln. Und dabei würde man es belassen. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, gehen Sie gerne auf unsere Seite tcm24.de. Da sind nochmal genaue Informationen zugeschrieben. Oder kommen Sie gerne bei uns vorbei und wir zeigen Ihnen das persönlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.